Einen wunderschönen wünsche ich euch und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wisst ihr was? Ich werde diese Runde sowas von verkacken. Ihr habt es euch gewünscht, ihr bekommt es. Ich spiele heute mal Killer. Ihr habt den Hintlerweller gerade mal auf Stufe 13 gekriegt, drei Perks habe ich freigeschalten. Ich habe mit Tüftler, Lichtgeborener und Schlafmischdeutsch, ich weiß es nicht. Ja, wir können ja noch mal schnell gucken. Wartet, 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 wartet. Ach ja, Klaustrophobie. Ich habe, nein, ich weiß es nicht. Also, ich bin der Meinung, ich werde restlos verkacken. Aber wirklich restlos? Hast du euch einen Glückwunsch? Ich habe echt, ich bin mir wie gesagt sicher, ich werde restlos verkacken. Das wird voll nach hinten losgehen. Aber auch das ist okay. Sind wir doch gar nicht so. Mal gucken. Also, ich habe zwar das Tutorial schon mal gespielt, aber das ist bestimmt schon eine Weile her. Was heißt bestimmt, das ist eine Weile her. Ich habe ja auch schon mal Killer gespielt. Eine Runde. Eine. Und ich hatte jetzt gerade eine Aufgabe mit dem Hinterwäldler, Hinterwäldler und ich sollte ein paar Leute aufhängen. Das sehe ich noch nicht so. Ich werde es aber versuchen jetzt immer im Wechsel wenigstens zu bringen. Einmal Killer, einmal Survivor, einmal Killer, einmal Survivor. Ach du Scheiße. Ähm, naja, wir gucken mal. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, ne? Ich bin wirklich nicht gut. Und schon wieder verloren. Da sehe ich doch jemanden. Ich bin sowas von schlecht. Aber ich will wenigstens eine am Hocken haben. Ähm. Ich habe es aber bestimmt. Ich werde verrückt. Ich mache es dir kaputt. Space. Gleich weg das Ding. So, renn, 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 kleine. Renn, 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 kleine. Wo ist die hingerannt? Schürze. Und ich sehe sie. Ah, Mist, die dumme Kuh. Manu, lasst mich. Es ist das erste Mal, dass ich das spiele mit Killer. Lasst mich doch einfach mal probieren. Ich nehme das Ding weg. Das geht wie auf den Sack. Ja, herzlichen Glückwunsch. Funktioniert nicht. Ich versuche immer zu rennen. Ist mir egal. Ich habe schon mal zwei erwischt. Ist gut. Ernsthaft? Ja, ich kann das halt nicht. Bin ich gut. Aber das ist mir egal. Mann, warum schlägt denn der nicht da auf? Ich mache die ganzen Paletten erstmal weg, damit ich überhaupt Punkte kriege. So. Lacht mich nicht aus. Was denn? Huch. Zu zeitig. Zu zeitig. Zu zeitig. Ich hasse Paletten. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann damit als Survivor nicht umgehen. Ja und? Merkst du, dass deine blöde Taschenlampe mir gar nichts bringt? Oder dir nichts bringt? Erwischt. Miststück. So. Ich habe wenigstens immer welche gehauen. Ey, ich bin stolz auf mich. Lasst mich. Ich mache eure ganzen Paletten kaputt. Ich sage, du gehst mir auf den Sack mit deiner Palette. Na hab. Na hab. Ich habe da gleich keine Paletten mehr. Ich weiß, die haben noch zwei Generatoren. Aber das ist mir egal. Jetzt habe ich einen erwischt. Ich werde verrückt. So. Wie hänge ich die jetzt auf Space? So. Wo habe ich denn hier einen Haken? Oh. Wildpferd. Nett. Ich will aber wenigstens einer an den Haken kriegen. Hier war ein Haken. Bitteschön. So. Da müssten doch welche sein, demzufolge. Hey, ich habe einen am Haken. Und hier wurde gerettet. Das ist schön. Ich bin zu blöd, was das angeht. Ganz ehrlich. Ich bin einfach zu blöd. Hallo. Bleib liegen. Ja. Ja. Die haben einen cremissen. Die haben einen weg in Kumarара. Ja. Nur die sind noch einmal zu sehen. Lass schon mal. Oh ja. Das soll wir auch nicht mehr schaffen? Dasowingen ist besser, oder? Weil die haben ja... Hä? Wo denn? Ach ja. Komm her, Snuggi. Warte. Bleib doch hier. Ich will dich doch bloß streicheln. Jetzt habe ich sie wieder verloren. Nee, noch nicht. Ich sehe es ja noch nicht mehr. Die Musik geht schon los. Also, weißt du was? Du rennst mir ja jedes Mal vor den Lünchen. Huch, daneben. Jetzt habe ich sie. So. Komm her. Komm her. Da ist der kleine Haken. Guck immer. Ich habe zwei hingehangen. Ich bin stolz auf mich. Ich habe zwei hier hingehangen. Juhu. Tschüss. Geht ihr zum anderen Ausgang? Macht noch. Ich bin da völlig gechillt. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Wenn ihr schlau seid, geht ihr einfach zu dem anderen Ausgang raus und dann ist gut. Und dann haben wir die Runde erledigt. Dann ist Ruhe. Dann macht es schon aus. Dann macht es schon aus. Ja, ist klar. Ihr wollt mich doch forschen, oder? Ey, ernsthaft. Ich muss Opferungen abschließen. So, ihr lieben Jörg, ihr habt mich jetzt beim Ablösen gesehen. Es war meine erste Runde als Killer, es war mein erstes Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und es hat auch Spaß, so wie ich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Bis dahin. Ciao.